Hallo ihr Lieben, es soll heute weitergehen mit der Bücherregaltour. Kurz vorab, entgegen meiner Aussage im letzten Bücherregaltour-Video, habe ich mich entschieden, doch ein paar mehr Videos zu drehen, die dafür hoffentlich kürzer sind und in schnellerer Folge aufeinander kommen. Dementsprechend gucken wir uns heute nur meine Märchenbücher, Sagenbücher, Mythologie und Legendenbücher an. All das, wer meinem Kanal schon eine Weile folgt, der weiß vielleicht, dass ich mich für all das sehr begeistere, für alles, was so zur Folklore gehört. Ich habe jetzt gerade doch noch mal ein bisschen umgebaut, damit ich den Bildschirm besser sehe. Es ist also dieses Regalbrett, was wir uns ansehen und ich fange mal an mit dem, was hier oben liegt. Das ist die Edda, die nordische Mythologie mit Thor und Odin und den ganzen Göttern und auch die Siegfried-Sage, auch wenn sie hier in dieser nordischen Version Sigurd-Sage heißt. Also Siegfried heißt da Sigurd und da habe ich schon in meinem Best-of-Video für 2019 drüber gesprochen, denn tatsächlich hatte ich solchen Spaß, hier mal diesen Originaltext der Edda zu lesen, der ja auch unglaublich alt ist. Ja, das ist zu einem Lieblingsbuch für das Jahr 2019 geworden ist. Dann haben wir hier King Arthur and his Knights of the Round Table, also natürlich die King Arthur-Sage. Das war mal ein Geschenk einer Freundin, ich glaube zum Geburtstag mal und es war eine total tolle Idee. Ich hatte super viel Spaß daran, das zu lesen, auch wenn es für Kinder geschrieben ist, glaube ich. Das merkt man so aber eigentlich nicht und es ist, glaube ich, das einzige Buch, das ich besitze, das wirklich so die Originalgeschichten der King Arthur-Sage erzählt und nicht irgendwie eine Adaption oder ja eine Neuinterpretation der Geschichten erzählt. Also ich hatte großen Spaß daran. Dann haben wir hier dieses Sachbuch über Mythologie, das Mythologie aus verschiedensten Kulturen, verschiedenen Teilen der Welt darstellt. Sehr schön gemacht, auch mit Illustrationen und übersichtlichen Tabellen etc. Also wer sich für das Thema interessiert, dem sei das wirklich sehr empfohlen, für alle anderen vermutlich eher nicht. Dann ist es so, muss ich noch gestehen, genauso wie in meinem Klassikerregal gilt auch hier bei den Märchenbüchern als große zweite Ausnahme in meinem Bücherregal stehen hier einige Bücher, die ich nur zum Teil gelesen habe, nicht komplett von vorn bis hinten. Dazu gehören auch diese dicken Bücher, das heißt hier Kinder und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Und da weiß ich noch, da habe ich einiges von gelesen, war zum Teil sehr schockiert, wie brutal die Geschichten sind, die man doch heutzutage eher in abgeschwächter, kinderfreundlicher Version kennt. Aber komplett gelesen habe ich das nicht. Das sind so Mitbringsel von einem Bücherflohmarkt und das gilt genauso auch dafür. Also im Nachhinein ein bisschen übertrieben von so einem Flohmarkt gleich zwei so fette Märchenbücher mitzubringen, aber ich konnte es nicht ganz lassen, weil ich es irgendwie schön bin und mich halt irgendwie für Märchen auch begeistern kann. Dann haben wir hier ein Buch online, mit dem ich wirklich vorsichtig umgehen muss. Das sind russische Märchen und ich habe gerade eben, als ich die Kamera aufgebaut habe, schon gesehen, dass es ein bisschen auseinanderfällt. Ich muss es hier kleben. Eieiei. Ich muss das kleben. Ich habe schon geguckt, ob ich Kleber habe. Habe ich aber nicht, aber ich muss das Bild dann hier noch verarzten, leider. Russische Märchen geschenkt bekommen von meinen Großeltern mal, weil ich erwähnt hatte, dass ich gerne die russischen Märchen lesen möchte und da haben sie aufgepasst und mir das geschenkt. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das eine relativ teure Ausgabe ist, die ich aber wirklich auch von vorn bis hinten gelesen habe. Super schön gemacht auch. In altdeutscher Schrift noch geschrieben. Ich erinnere mich noch gut an einige Geschichten, dass es da diese vielköpfigen Monster gab mit, weiß ich nicht, sieben Köpfen und wenn man einen abschlägt, dann wachsen direkt drei nach und solche Dinge. Und dann halt auch die Hexen, die in ihren Häusern wohnen mit den Hühnerfüßen und so. Hatte ich großen Spaß mit. Leider, wie gesagt, fällt es ein bisschen auseinander und ich bin da wohl gerade zu ruppig mit umgegangen. Das tut mir jetzt wirklich leid. Japanische Volksmärchen auch komplett gelesen. Ich erinnere mich, dass es in den japanischen Volksmärchen häufig darum ging, so Dämonen zu bekämpfen, wenn ich mich da richtig erinnere. Märchen aus Tausendeiner Nacht, eben sowas wie Ali Baba und die 40 Räuber und Sindbad und Scheherazade, die ihre Geschichten erzählt und so. Auch damit hatte ich große Freude. Auch Aladdin steht hier drin, meine ich. Ist halt auch mal sowas ganz anderes. Das ist halt das Schöne an Märchen, dass jede Kultur so ihre ganz eigenen Geschichten hat. Keltische Märchen aus Schottland. Hier frage ich mich, ob ich das komplett gelesen habe. Ich habe sehr wenig Erinnerungen daran. Tatsächlich könnte ich da eigentlich auch noch mal reinschauen. Eins meiner liebsten Märchenbücher ist das hier, das ich mir mal selbst gekauft habe vom Fischer Verlag, das große Märchenbuch. Und das ist so eine Auswahl von Märchen aus aller Welt, wenn ich mich recht erinnere. So ein bisschen thematisch geordnet und nicht längst nicht nur Brüder Grimm. Also hier ist auch zum Beispiel mal was von Hans Christian Andersen und mit Sicherheit auch Dinge, die man nicht mehr zu einem Autoren zurückverfolgen kann. Und das fand ich richtig toll. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Ursprung gewesen, meiner Liebe zu Märchen jetzt speziell. Da war die Stimme weg. Ja, wahrscheinlich habe ich genug Menschen erzählt, dass ich gerne die russischen Märchen lesen möchte, denn eine Kommilitonin, eine Freundin aus dem Studium, hat mir dann auch mal diese kleine Ausgabe hier von Reklam geschenkt mit den russischen Zaubermärchen. Und auch die habe ich komplett gelesen. Dann haben wir daneben ein Werk von Goethe, bei dem ich noch nie gehört habe, dass irgendwer darüber spricht. Johann Wolfgang Goethe, das Märchen. Und ich erinnere mich, dass ich das total schön fand. Ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen daran, nur noch so Szenen und Fetzen von irgendwelchen Irrlichtern, denen immer Goldmünzen aus den Gewändern fallen, wenn sie lachen. Und ich erinnere mich manchmal noch an einen Riesen, der immer aufpassen muss, dass er niemanden zertritt. Und es waren irgendwie total schöne Bilder. Ja, irgendwie habe ich noch nie gehört, dass jemand das mal gelesen oder davon gesprochen hat. Tatsächlich würde ich fast sagen, das ist wahrscheinlich mein Lieblingswerk von Goethe, denn mit seinen anderen Werken habe ich mich immer nicht so ganz anfreunden können. Die Mondmärchen daneben von Roland Küber sind keine klassischen traditionellen Märchen, sondern Märchen, die Roland Kübler geschrieben hat und die ich irgendwann auch mal im Secondhand-Shop entdeckt und mitgenommen habe und auch durchaus meine Freude daran hatte, ohne mich jetzt noch sehr gut daran zu erinnern, muss ich allerdings sagen. Das Zauberbuch ist ein langes Märchen, eine Novelle könnte man vielleicht sagen, von Hans Krupper. Und es geht um ein Buch mit magischen Fähigkeiten, auf das alle Menschen scharf sind, das alle irgendwie in ihren Besitz bringen wollen, dass ich aber dem auch immer irgendwie auf kluge Weise entwinden kann. Ich glaube, es war eine Geschichte mit einer ziemlich klaren Moral auch irgendwie, aber auch wirklich ganz schön. Das hier ist ein Buch, das ich in einem meiner ersten Videos, glaube ich, schon mal vorgestellt habe, das ich mal auf einem Bücherbasar in der Stadtbibliothek mitgebracht habe. Marie-Luise Kaschnitz, der alte Garten, ein Märchen. Ist auch so eine Art Novelle und erzählt die Geschichte von zwei Kindern, die in einem Garten wüten und Käfer zertreten und Ameisen zertreten und quälen und Beinchen ausreißen und Pflanzen ausreißen. Und dann kommt eine Art Fee. Ja, so ganz verlässt mich da die Erinnerung, aber sie werden auf jeden Fall bestraft und werden halt so klein gezaubert und müssen dann selbst im Reich der Tiere zurechtkommen und verschiedene Aufgaben erfüllen. Ja, und natürlich hat auch diese Geschichte eine klare Moral, dass die Kinder sehen, wie schön die Natur ist und ja, so etwas dann später nie wieder tun würden. Und dann steht hier ein riesengroßes Buch von Wilhelm Busch, der ja vor allem dadurch berühmt geworden ist, dass er Max und Moritz geschrieben hat. Und das hier ist so eine Art Gesamtausgabe seines Werkes, glaube ich. Und ich habe das auch im Klassikerregal schon mal gesagt, das ist auch wieder so ein Fall, wo meine Großeltern das im Keller einfach aussortiert und mir in die Hand gedrückt haben. Und es steht jetzt hier bei den Märchen vielleicht nicht ganz richtig, aber es stünde nirgendwo ganz richtig. Ich weiß nicht so richtig, wo ich es einsortieren soll. Und es enthält halt diese diese comicartigen, lustigen Geschichten. Das ist aber auch nichts, was ich gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich auch nicht riesen Interesse dran habe, was hier erstmal einfach nur rumsteht, mehr oder weniger, obwohl es ein ganz, ganz schönes Buch ist. Das schon. Damit sind wir hier in diesem ersten Regal jetzt auch fertig. Und es gibt aber noch ein anderes, was ich euch zeigen kann. Das hier ist das zweite und letzte Regalbrett, was ich euch gerne in diesem Video zeigen würde. Wir haben hier Mythos stehen von Stephen Fry. Das ist eine Nacherzählung der griechischen Mythen, zumindest einem Großteil davon, was uns die Götter heute sagen. Das ist auch erst vor kurzem erst erschienen, naja, vor ein oder zwei Jahren vielleicht. Und ich hatte sehr großen Spaß damit. Stephen Fry ist so ein bisschen Hobby-Experte für griechische Mythologie und er erzählt das halt so mit seinem ganz eigenen Humor. Und ich fand das sehr unterhaltsam, sehr schön, habe das sehr gern gelesen. Dann haben wir hier von Willi Fährmann, Siegfried von Xanten. Vorhin habe ich ja schon mal die Siegfried-Sage erzählt. Es gibt es eben, es gibt so eine germanische Form und eine nordische Form und in der, und das hier ist so die germanische Form dieser Sage, dieser sehr berühmten Sage. Und es gibt auch eine Version aus dem Mittelalter, wo Xanten erwähnt wird und deswegen hier Siegfried von Xanten. Ich könnte das auch wieder zurückstellen, damit mir hier nicht alles umfällt vielleicht. Dann haben wir hier das Aachener Märchenbuch, woran ich auch große Freude hatte. Aachen ist eben meine Heimatstadt, wo ich geboren und aufgewachsen zur Schule gegangen bin. Und das dementsprechend kannte ich so vom Hörensagen einige der Geschichten hier drin, weil wir eben auch viel diese Statuen in der Stadt haben, die irgendwie aus diesen alten Legenden stammen oder weil man in der Schule immer was gehört hat und so weiter. Und fand es sehr schön, das hier mal alles nachlesen zu können. Das Ganze ist auch wirklich toll illustriert. Vielleicht finde ich mal eine schöne Illustration für euch. Und es gibt auch eine Karte am Anfang des Buches, die einem zeigt, wo in Aachen sich so die Sachen abgespielt haben. Hier der Barkauf, das ist so ein ganz tolles Bild. Also ein schönes Buch gibt es für Köln übrigens, glaube ich auch. Dann steht daneben ein altes Buch, das ich weiß noch genau, dass das früher bei meinem Vater im Bücherregal stand und so eine Ausgabe von Grimms Märchen, super abgegriffen. Ich glaube, das ist auch noch so altdeutsche Schrift, genau. Und ich kann mich nicht direkt erinnern, aus diesem Buch jemals vorgelesen bekommen zu haben als Kind oder es selbst gelesen zu haben. Aber woran ich mich auch gut erinnern kann, ist, dass ich mit Freundinnen oder meiner Schwester, immer wenn wir so Hexen oder so gespielt haben, dass das hier unser Zauberbuch und Zaubertrankbuch war, weil das so schön so alt und nach Hexenbuch aussah. Das eignete sich immer sehr gut dafür. Dann haben wir hier so drei Bücher, die ich alle drei auch mal zusammen in einem Second-Hand-Shop, in meinem Lieblingsbücher, Second-Hand-Shop gekauft habe. Und zwar einmal hier von Frederik Hettmann, Indianermärchen aus Nordamerika. Ich erinnere mich, dass diese Indianermärchen auch sehr in Richtung Mythologie gingen, dass es auch häufig darum ging, wie ist die Erde entstanden, wie sind die Tiere entstanden oder der erste Mais und Tabak und so weiter. Und dass es, glaube ich, auch so einen Sonnengott gab und so, hat mir sehr gut gefallen. Die niederländischen Märchen sind komplett anders. Das sind so richtig so Quatsch-Märchen. Super lustig zum Teil und albern. Und die irischen Märchen, an die habe ich gar nicht mehr so viel Erinnerung. Jetzt werde ich fast schon unsicher, ob ich die dann auch gelesen habe komplett oder ob sie mir so ein bisschen entfallen sind. Vielleicht muss ich da noch mal reingucken, um meine Erinnerung wieder aufzufrischen. Der Siegfried ist hier verschwunden gegangen. So, verschwunden gegangen, genau. Wir haben hier noch zwei Bücher, die zusammengehören. Zwei sehr, sehr schöne Märchenbücher-Ausgaben. Das grüne hier sind russische Volksmärchen und das rote heißt das Kabinett der Feen. Und das sind so französische Märchen. Beide habe ich nicht gelesen, leider. Ich habe die auch mal geschenkt bekommen. Die russischen Märchen habe ich nicht gelesen, weil, naja, ich die russischen Märchen mittlerweile dann schon kannte nach den zwei anderen Büchern. Das Kabinett der Feen mit den französischen Märchen, da habe ich mal das Vorwort gelesen und so das erste Märchen angelesen. Und dann muss ich ein bisschen gestehen, waren immer andere Bücher gerade spannender. Was ich aber sehr interessant finde hier dran ist, dass das so Märchen sind aus der Zeit der Aufklärung, die so ein bisschen den Anspruch haben, realistisch zu sein. Die dann Dornröschen so erzählen, dass Dornröschen nach 100 Jahren Schlaf aufwacht und die Welt halt sich wirklich in der Zeit auch weiter gedreht hat. Und sie so sagt, was tragt ihr denn für komische Klamotten, weil halt die Mode ganz anders ist und so. Halt so Sachen, die Grimm, die Gebrüder Grimm in ihren Märchen ja überhaupt nicht berücksichtigt haben. So ein bisschen so den realistischen Aspekt des Ganzen. Und das finde ich schon ganz spannend. Und dann haben wir hier noch Sagen und Märchen aus Island. Ich bin ja irgendwie Fan der isländischen Literatur oder finde es zumindest interessant. Deswegen dürfen auch die Sagen und Märchen nicht fehlen. Auch so ein Kauf aus dem Second Hand Shop und eine schöne Mischung. Auch aus lustigen Märchen und eher nachdenklichen Märchen, so wie ich es in Erinnerung habe. Und damit wären wir für dieses Video jetzt fertig. Denn hier ab der Mitte des Regals geht es dann über die Gedichtbücher. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen und die würde ich dann in einem nächsten Video besprechen. Also bedanke ich mich erst mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe sehr, dass ihr alle gesund und munter bleibt und wir gut durch diese verrückten Zeiten durchkommen. Ja, lasst mir gerne eure Gedanken in den Kommentaren da und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann!